Das hier sind die sogenannten Boom Wackers, bunte Plastikstäbe, mit denen man Musik machen kann. Ihr Erfinder ist damit Millionär geworden. Mission Wissen weltweit hat sieben solcher verrückter, aber erfolgreicher Business-Ideen auf der ganzen Welt für Sie gefunden. Die verrücktesten Geschäftsideen der Welt. Kokosnüsse als Postkarten verschicken. Ein Coffee-to-go auf Rädern. Und mit bunten Plastikstäbchen Musik machen. Seht ihr, wie einfach das ist? Für Platz sieben der verrücktesten Geschäftsideen weltweit reist Mission Wissen nach Tokio. Hier wohnen 35 Millionen Menschen. Platz ist Mangelware. Das verträgt sich nicht mit dem liebsten Hobby der Japaner. Dem Hund. Denn wie hält man einen Hund auf einer durchschnittlichen Wohnfläche von nur 30 Quadratmetern? Die Lösung? Mieten statt kaufen. Bei Puppy the World kostet eine Stunde Gassigin umgerechnet 25 Euro. 30 Vierbeiner stehen zur Auswahl. Die Firmengründerin Hachiko Saito versteht sich als Tierschützerin. Ich hatte die Idee, weil ich gesehen habe, wie viele Hundebesitzer ihre Tiere nach ein paar Monaten wieder abgeben. Ich dachte, wie toll wäre es, wenn man das zuerst mal üben könnte, bevor man sich einen eigenen Hund zulegt. Und so funktioniert's. Die Hunde, die an der Tafel hängen, dürfen gemietet werden. Jeder geht nur einmal am Tag raus. Für maximal zwei Stunden. Haftpflichtversicherung unterschreiben und bezahlen. Schon kommt der Vierbeiner auf Zeit aus dem Ruheraum. Filmen dürfen wir den Ruheraum nicht. Hachiko legt angeblich. In Tokio haben aber alle das gleiche Problem. Wir hätten gerne einen eigenen Hund, haben aber leider zu Hause keinen Platz. Das ist eine gute Alternative, auch wenn's ein bisschen teuer ist. Bei uns daheim ist es zu eng für einen Hund. Unsere Wohnung ist klein und wir dürfen dort keinen Hund halten. Den kleinen leihe ich mir aber jeden Samstag aus. Japaner gelten als sehr hygienisch und deshalb gibt es auch auf der Straße strenge Regeln. Hundekot nicht nur an, sondern restlos mit Wasser wegspülen. Im Park geht die ganze Stadt Gassi. Deshalb gibt's hier sogar ein Hunde-Restaurant. Auf der Karte für die Vierbeiner stehen Nudeln, Gemüse und natürlich Würstchen. Drei Gänge gibt's für umgerechnet 10 Euro. Hachiko verdient mit ihrer skurrieren Geschäftsidee 1000 Euro pro Tag. Aber Futter, Pflege und Miete lassen ihren Gewinn deutlich schrumpfen. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen, sondern für die Hunde. Alle sind ausgemusterte Zuchthunde, die keiner mehr haben will. Und wenn ein Kunde besonders an einem hängt und zeigt, dass er zuverlässig ist, verschenke ich die Hunde sogar. Die meisten Hundefans aber bezahlen die 25 Euro und müssen ihre Leihunde nach spätestens zwei Stunden wieder abgeben. Ich will ihn mitnehmen, mit nach Hause. Der Hundeverleih in Tokio, Platz 7 der verrücktesten Geschäftsideen. Für Platz 6 der verrücktesten Geschäftsideen geht es zu unseren holländischen Nachbarn, nach Haaserswude Dorb, in der Nähe von Den Haag. Designerin Wendy Schlagwein liebt alles, was mit Kuchen zu tun hat. Deshalb hat sie einen ganz besonderen Tortenladen aufgemacht. Torten sind wirklich meine Leidenschaft. Ich liebe es, sie zu backen und zu verzieren. Dabei fiel mir auf, dass die Figuren obendrauf oft aus Plastik sind und man sie nicht essen konnte. Also habe ich angefangen, Feen- und Elfentorten selbst zu modellieren und alle liebten es. Das Besondere an Wendys Feentorten, an ihnen ist garantiert alles essbar, inklusive Verzierung. Pro Monat entwirft die 39-Jährige bis zu 25 neue Kreationen. Eigentlich bin ich gelernte Modedesignerin. Ich mache Kleider wie dieses hier. Während ich die Kleider entwerfe, bekomme ich meine Inspiration für die Kuchen. Wendy hatte die Idee, den Kuchenteig als Rockform für ihre Feentorten zu verwenden. Die märchenhaften Kuchen waren dann so begehrt, dass Wendy mit dem Backen gar nicht mehr nachkam. So kam ihr die Idee, einfach anderen beizubringen, wie es geht. Guten Morgen, die Damen. Heute fangen wir mit den Feenkuchen an. Ich werde an dem echten Kuchen arbeiten und eher an den Attrappen. Die kann man aufheben und sie sind ein schönes Andenken. Macht eure Feenkuchen einfach so, wie ihr es euch vorstellt. Wenn ihr wollt, in verschiedenen Farben. Nutzt einfach eure Kreativität und sie werden toll werden. Mittlerweile gibt Wendy vier Tortenkurse pro Woche. Für 95 Euro verrät sie dabei, wie man aus Kuchen Kunstwerke macht. Die beliebtesten Feen- und Prinzessinnen-Torten. Ich glaube, das Geheimnis meines Erfolges ist einfach die Art, wie wir die Torten gestalten. Es geht um die kleinen Sachen, die winzigen Details, ohne Plastik im Kuchen. Mittlerweile kommen ihre Kursbesucher sogar aus England, Frankreich und den USA angereist, um an Wendys berühmten Tortenkursen teilzunehmen. Ich bin Selbstkonditorin. Ich weiß, dass meine Kuchen gut schmecken, aber meine Verzierungen sind nicht die besten. Das lerne ich von Wendy. Oh, Mama, du bist toll. Das gefällt mir. Ich habe schon knapp ein Dutzend Kurse bei Wendy gemacht, aber immer wieder lerne ich neue Sachen. Diese Dekos faszinieren mich einfach. Und es macht total Spaß. Ich leh traurig auch viel. Wendys legendäre Verzierungen bestehen komplett aus essbarem Zuckerguss, den Wendy vorher mit Lebensmittelfarbe einfärbt. Das plastikfreie Torten-Design kommt so gut an, dass Wendy keine Zeit mehr hat, selbst Torten zu backen und zu verkaufen. Die wären auch zu teuer. Denn in einer neuen Kuchenkreation stecken bis zu 25 Arbeitsstunden. Nach vier Stunden basteln sind die Feentorten fertig und es geht ans Probieren. Diese Kuchen zu gestalten ist nicht mein Beruf, sondern vielmehr meine Leidenschaft, fast schon meine Sucht. Und ich denke, jeder sollte eine Sucht wie diese haben. Unser Platz sechs für Wendys, Feen und Prinzessinnen-Torten. Für Platz fünf der verrücktesten Geschäftsideen reist Mission Wissen in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. In der skandinavischen Metropole gibt es eine Menge skurriler Typen. Einer davon ist Oles Kahn. Mobile-Hotdog-Buden kennt jeder, aber Oles fahrbarer Verkaufsstand hat mehr mit seiner Leidenschaft zu tun. Denn Ole hat sich einfach eine Kaffeebar auf sein Fahrrad gebaut. Der ehemalige Barista fährt einmal die Woche zu seiner Lieblingsrösterei. Denn für seine Erfindung braucht er besondere Kaffeebohnen. Das Wichtigste ist, dass die Bohnen frisch geröstet sind. Denn frischer Kaffee hält sich nur ein bis zwei Wochen. Ole bekommt eine Idee, das Espresso-Bike. Eine mobile Kaffeebar, festmontiert auf einem dänischen Transportfahrrad. Dem war das Espresso-Bike 100% mobil zu machen. So ein System hat es bis dahin auf einem Fahrrad noch nie gegeben. Hier drinnen habe ich einfach die ganze Elektronik, Kaffeebohnen, Wasser- und Gastank installiert. So kann ich... Über eineinhalb Jahre hat Ole an der Entwicklung des Kaffeebikes getüftelt. Es besteht aus einem starken dänischen Cargo-Fahrrad, das mit dem Hinterrad gelenkt wird. So kommt nicht so viel Druck auf das Vorderrad und die Kaffeebar. Das ist eine alte Hebelmaschine, die mit Gas betrieben wird. Jahre lang arbeitete Ole als Barista in einer italienischen Kaffeebar. Sein Motto, auch ein schneller Coffee-to-go muss perfekt sein. Dass ein Espresso auch heute perfekt schmeckt. Ole mittlerweile als der Espressomann statt bekannt. Magen sind die größte Fußgängerzone Europas. Ich mache meine Tour im Sommer und im Winter. Nur nicht, wenn es heftig stürmt und regnet. Sonst bin ich immer draußen. An guten Tagen verkauft Ole bis zu 200 Cafés. Viele seiner Kunden kommen jeden Tag zu ihm. Mit 20 Kronen, etwa 2,50 Euro, kostet Oles Café nur halb so viel. Denn Ole zahlt keine Miete, keine Möbel und kein Personal. Günstig und gut, das kommt an. Fantastisch, wenn du schnell einen Kaffee brauchst. Es liegt auf dem Weg. Es ist viel persönlicher als im Café. Eine tolle Idee. Und ein sehr guter Kaffee. Mittlerweile haben auch andere seine Idee geklaut. In vielen europäischen Großstädten fahren jetzt mobile Fahrradcafés herum. Ole stört das nicht. Ich lebe sehr gut davon. Mittlerweile fahre ich auch nur noch dreimal die Woche in die Stadt. Und verkaufe ansonsten meine selbstgebauten Espresso-Bikes. Sogar in Deutschland kurven inzwischen Coffee-Bikes durch einige Städte. Das ist für mich der absolut beste Job der Welt. Vor allem im Sommer. Ich treffe viele Leute, bin immer an der frischen Luft, niemals krank und mache mein eigenes Ding. Ein perfekter Job. Unser Platz 5 für das dänische Espresso-Bike. Gleich noch mehr verrückte Geschäftsideen. Postkarten aus Kokosnüssen, der auch schwimmen kann. Und Papier aus Elchkacke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017